Könnte es das sein, worum es in unserem Unternehmen geht? Dass wir als Unternehmen nicht in der Lage sind, uns auf eine gemeinsame Vision zu verständigen? Mitglieder unseres Teams werden nie glauben, dass jeder von uns sowohl vertrauensvoll als auch zuverlässig sein kann. Unsere 3.800 Mitarbeiter erfahren aus erster Hand, dass wir nicht vollkommen dazu bereit sind, uns untereinander mit Respekt zu behandeln. Wir würden lügen, wenn wir sagen, dass jeder offen sein wird für direkte Rückmeldung ohne Angst vor Verleumdung. Also sollten wir uns klar darüber sein, dass unsere Mitarbeiter nicht dazu bereit sind zu fragen, zuzuhören und zu lernen. Es wäre naiv davon auszugehen, jeder von uns könnte ein Teil der Lösung sein. Es wäre naiv davon auszugehen, dass unsere Mitarbeiter nicht dazu bereit sind zu fragen, zuzuhören und zu lernen. Also sollten wir uns klar darüber sein, dass jeder offen sein wird für direkte Rückmeldung ohne Angst vor Verleumdung. Wir würden lügen, wenn wir sagen, dass wir nicht vollkommen dazu bereit sind, uns untereinander mit Respekt zu behandeln. Unsere 3.800 Mitarbeiter erfahren aus erster Hand, dass jeder von uns sowohl vertrauensvoll als auch zuverlässig sein kann. Mitglieder unseres Teams werden nie glauben, dass wir als Unternehmen nicht in der Lage sind, uns auf eine gemeinsame Vision zu verständigen. Könnte es das sein, worum es in unserem Unternehmen geht? Das ist 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard. Whether it's the beat of the mic, he feels so unlike everybody else alone. In spite of the fact that some people still think that they know, but no, he knows the code. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. frontline mission to remember to remember to be heard. It's a success. In the场合ats. Bis zum nächsten Mal.